So, wir drehen heute das Demo von Michael. Michael hatte, glaube ich, Paket Demo gebucht, genau, ohne Fotoshooting. Und wir haben uns was ganz Witziges ausgedacht, dass er auf einem Tretboot sitzt. Sieht sehr witzig aus. Guck mal rüber. Er hängt quasi mit der Hand. Nee, aber er macht das ganz gut, weil die Herausforderung ist natürlich beim Treten jetzt dann auch noch an den Text zu denken. Und er ist gerade dabei, die richtige Position zu finden. Aber es läuft gut, es läuft gut. Juhu!